Ja, herzlich willkommen meine lieben Freunde und täglich grüßt das Update hier. Ihr wisst, es ist Tag 3 in Valve's Update Chaos und vorgestern hat Valve ein Update für den Steam Deck Klienten rausgebracht, hat damit so einiges kaputt gemacht. Gestern gab es dann einen Hotfix, bei dem allerdings die Performance Probleme nicht gefixt wurden und heute Nacht gab es dann ein Update für SteamOS 3.5.17 mit so einigen Änderungen dabei, durch die wir gleich einmal durchgehen. Es sieht aktuell so aus, dass das Performance Problem nicht gefixt wurde, aber ich habe den Fix für euch. Der ist sehr leicht. Ich zeige euch gleich, was ihr machen müsst, damit ihr wieder eure alte Performance zurückbekommt und damit sollte hoffentlich auch nun endlich wieder alles gut sein. Lasst uns aber einmal ganz kurz in die Release Notes schauen. Wir haben beispielsweise einen Fix für Forza Horizon 4 dabei und bei anderen Titeln, nämlich wenn man das Spiel starten möchte, dass man einfach nur einen schwarzen Bildschirm hat. Dann gibt es einen Fix für die SD-Card im Desktop-Mode. Außerdem wurden Crashes gefixt, eben wenn wir mit Remote Play streamen. Ihr wisst, Remote Play war ja bei dem ursprünglichen Update von vorgestern ein großes Problem. Außerdem seht ihr hier, dass wir noch weitere Fixes, auch Crash-Fixes haben, sodass man sagen kann, dass hier definitiv an einigen Stellschrauben gearbeitet wurde. Außerdem wird auch extra der Bereich Performance hervorgehoben. Einmal wird Persona 3 Reload direkt angesprochen. Dann wird jedoch auch beschrieben, dass an der GPU etwas geändert wurde, was eben zu manchen Stottern in verschiedenen Spielen geführt hat. Und weiter sehen wir auch hier noch weitere Game Starters und so weiter und so fort. Wir gehen auch noch mal weiter runter zur Grafik. Das heißt, an manchen externen Displays wurde HDR nicht richtig dargestellt. Auch das ist nun gefixt. Und es gibt auch ein paar weitere Input-Bug-Fixes, sodass ihr euch das gerne einfach mal im Detail anschauen könnt. Ihr wisst, ich packe euch die komplette Liste in die Videobeschreibung, lest es euch gerne durch. Die Release Notes sind, wie ihr gesehen habt, auf Englisch. Aber die große Frage ist natürlich, was ist mit den Performance-Problemen, die seit zwei Tagen berichtet wurden? Und das wurde, wie gesagt, hier nicht speziell gefixt. Aber ich zeige euch jetzt, was ihr machen müsst, um, wie gesagt, auf eure alte Performance zurückzukommen. Also, wenn ihr ein Spiel habt und vor allen Dingen, wenn ihr dann seht, dass das Spiel nicht vernünftig läuft, dann drückt ihr bitte auf die Drei-Punkte-Taste, geht links auf Leistung, geht dann runter und schaut bei dem manuellen GPU-Takt. Und hier ist es tatsächlich so, dass bei manchen Spielen dieser auf 200 MHz steht. Das heißt, wenn ihr wirklich sicher sein wollt, dass alles gut ist, schaltet ihr den manuellen GPU-Takt ein, geht hoch auf 1600 MHz und dann sollte tatsächlich alles wieder in Ordnung sein und ihr solltet nicht mehr diese Probleme mit euren Spielen haben. Probiert das selbstverständlich gerne aus. Das sollte nun, wie gesagt, der Fix sein, sodass alles wieder läuft, wie es war. Bedeutet auch, dass ich an dem Punkt jetzt meine Update-Warnung, die ich ausgesprochen habe, zurücknehme und sage, ja, mit diesem Update von heute Nacht plus eben mit dieser kleinen Kontrolle, dass ihr selber schaut, ob der GPU-Takt passt, seid ihr erst einmal wieder auf der sicheren Seite. Wenn ihr allerdings zu 100% sicher sein wollt, klar, dann wartet einfach noch ein bisschen ab. Schaut vor allen Dingen in die Kommentare, die unter diesem Video kommen werden, denn dort haben wir halt in den letzten zwei Tagen immer sehr, sehr schöne Erfahrungsberichte gelesen. Und falls es wirklich etwas Neues zu diesem Thema gibt, werdet ihr das selbstverständlich bei mir erfahren. Aber ich bin guter Dinge, dass wir jetzt mit diesem Update-Problem durch sind und dass auch Valve in einem nächsten Update dieses 200 MHz-Problem angehen wird, sodass wir das nicht mehr manuell überprüfen müssen. Meine lieben Freunde, ihr schreibt mir definitiv jetzt in die Kommentare, ob das was bei euch gebracht hat, ob ihr vielleicht sogar irgendwelche anderen Probleme jetzt durch dieses Update erfahren habt oder eben nicht. Lasst uns einfach unsere Erfahrungen in den Kommentaren sammeln, denn davon profitieren am Ende alle. Und ich habe es auch schon gestern gesagt, aber ich sage es heute nochmal sehr, sehr gerne. Kommt auch auf den Discord-Server, da sind unfassbar nette Leute. Wenn ihr irgendein Problem habt, nachfragen, wenn ihr euch informieren wollt oder sonst was, dort wird euch definitiv geholfen. Von daher den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.